Unter iOS 8 hat die Fotos-App eine ganze Reihe von Funktionen spendiert bekommen, mit denen Sie Fotos direkt auf iPhone und iPad bearbeiten können. Ich zeige ihn erstmal rasch an einem einfachen Beispiel. Ich starte also die Fotos-App, wähle hier eines meiner Fotos aus und habe nun rechts oben den Button Bearbeiten. Ich tippe einmal auf Bearbeiten und habe in der unteren Leiste die verschiedenen Werkzeuge. Ich kann also ein Bild beschneiden, also einen Ausschnitt wählen. Ich wähle mir jetzt mal die Blume etwas mal in den Mittelpunkt hier. So, ja so. Sie können nun über diesen Winkelmesser hier unten das Bild ein wenig drehen. Sie können verschiedene Filter anwenden. Nehmen wir mal hier Transfer oder vielleicht Prozess. Und Sie können Lichtfarbe und Schwarz-Weiß-Tönung einstellen. Nehmen wir mal die Farbe. Sie können also hier bei einem Tischgeste eine andere Farbe einstellen. Sie sehen auch gleich, die entsprechenden Änderungen werden auf dem Display sofort übernommen. Wenn Sie wollen, können Sie übrigens auch nochmal detaillierter zuschlagen. Sättigung, Kontrast und Farbstich manuell anpassen. Das lassen wir mal bleiben. Ich ende nochmal die Lichteinstellungen. So, schaut richtig dramatisch aus. Mit einem Tipp auf das gelbe Häkchen rechts unten werden diese Änderungen gespeichert und sofort übernommen. So weit, so gut. Nun passiert es aber auch häufig, dass Sie am nächsten Tag denken, naja, diese Bearbeitung war vielleicht doch nicht so gelungen. Das Original war eigentlich besser oder man könnte was Besseres draus machen. Was machen Sie nun? Kein Problem. iOS speichert alle Bearbeitungsschritte und speichert vor allen Dingen das Original. Sie können also jederzeit Schritte rückgängig machen, neu anpassen oder auch komplett zum Original zurückkehren. Und das geht auch wieder über Bearbeiten. Sie tippen also auch in diesem Fall auf Bearbeiten und sehen nun rechts unten einen roten Pfeil. Über diesen Pfeil werden sämtliche Schritte rückgängig gemacht. Also die Auswahl des Ausschnitts, die Farbgebungen, der Filter und dergleichen mehr. Und man kehrt zum Original zurück. Also ich tipp da mal drauf, könnte jetzt zum Original zurückkehren. Oft will man das aber gar nicht. Wenn man denkt, naja, dieser eine Schritt war verkehrt, die andere war nicht ganz okay. Zum Beispiel der Bildausschnitt, der könnte ein bisschen besser sein. Und um das nachträglich zu korrigieren, wählen Sie den entsprechenden Arbeitsschritt nochmal aus. In diesem Fall also hier Ausschnitt. Sie sehen jetzt das ausgeschnittene Bild. Sobald Sie das antippen und ein bisschen schieben, wird das Originalformat, das Originalbild dahinter eingeblendet. Und Sie können nun also zum Beispiel sagen, ich wähle einen etwas größeren Ausschnitt. Und sobald halt dieser Ausschnitt gewählt ist, kippe ich jetzt mal in diese Richtung. Mit einem Tipp auf das gelbe Häkchen wird auch diese Anpassung übernommen. Und so können Sie halt jeden einzelnen Schritt nachträglich rückgängig machen. Bei Farben und Kontrasten und Schwarz-Weiß sieht es ein bisschen anders aus. Also auch hier wähle ich Bearbeiten. Das entsprechende Modul, in diesem Fall die Filter. Denn der Prozessfilter ist noch aktiv. Ich kann jetzt auch jeden anderen Filter hier wählen. Und ich kann vor allen Dingen sagen, ohne Filter zurück zum Original gehen. Oder ich mache es mal in Schwarz-Weiß-Mittel. Wenn ich jetzt zum Original-Farbpunkt zurückkehren möchte, dann sehen Sie hier in der Mitte einen kleinen grauen Punkt. Und wenn Sie mit dem Finger diese Leiste verschieben, werden Sie auch feststellen, dass sie an dieser Stelle ein klein wenig einrastet. Das da ist die Original-Einstellung gewesen des Fotos. Also so könnte man die Original-Einstellung sofort wieder zurückholen. Auch hier mit einem Tipp auf das gelbe Häkchen wird das Ganze gespeichert. Und das Bild ist jetzt in der neuen Bearbeitung vorhanden. Das ist ein kleineres Bild. Und das ist ein kleineres Bild. Und das ist ein kleineres Bild. Das ist natürlich für die Original-Einstellung.